Hallo liebe Survival-Freunde, hier ist eine neueste von den neuesten Folgen, Sub-Sy-S-S-Tens. So, dann machen wir die Tür zu, sordet es da Ruhe, Leute. Wir fahren hier vernünftige Symptome. Mit natürlichem LP-Spieler und dem Mr. Chaos und dem schiefen Dach hier oben, Freunde. Hast du denn schon gesehen, unsere neue Windmühle? Yeah. Oh, sie sind ja Hunde, Leute. Guck mal, zwei Stück, die hole ich mir, ne? Strom pro Sekunde, 0,07. Wie, jetzt kriegen wir keinen Strom, oder was? Jo. 0,07, hab ich doch gerade gesagt. Achso. Ne, hab ich nicht. 0,0, du meinst 0,7. Ja. 0,07, ja. Ey, 0,0 ist ja nix, Leute. Na gut, vielleicht ist nicht so doll Wind, ne? Ne, das geht nicht. Das ist nur 14,7. Freunde, wir haben minus 4 Grad, wir kriegen Damage, wenn wir hier draußen rumlaufen und es ist Januar. 4 Grad haben wir. Minus. Ne. Klar. Doch. Ja, Freunde, wir haben den Server eben neu gestartet, weil da waren irgendwelche Bugs und Fehler, deswegen. Ja, die sind wohl immer noch. Eben war meine Anzeige. Das ist das für ein Quatsch, Grabe, ey. Was war denn? Es geht schon wieder zurück, meine Anzeige. Oh, schnell rein noch. Toll. Es geht schon wieder zurück. Hast du gelevelt eben, oder was? Nee. Überhaupt nicht. Oh, shit. Keine Munition mehr, Leute. Vorsicht, der Wolf greift dich an. So, ich lachte, weil ich schon blutige Hände habe. Ja. Das ist auch irgendwie, ey. Das Problem ist, wir haben irgendwie was mit dem Level da unten. Wir können irgendwie nicht leveln, deswegen haben wir den Server Neustart gemacht, Freunde. Und der Mölfe sagt gerade, das ist trotzdem kaputt, irgendwie, ne? Hier. Boah, der Ofen geht gleich aus. Das ist ja echt ein bisschen eigenartig hier, ey. Wo ist denn hier? Ja, merkwürdig ist es schon, ne? Oder nicht? Hier. Premium-Federn habe ich. Okay, die mache ich jetzt hier wieder rein. Sieben Stück, Leute. Pro Level 10 Huhn kriegt man sieben Premium-Federn. Ähm. Und ein dickes Huhn habe ich noch. Das brauchen wir für den Ofen, diese Dinger hier, die Truthähne. Okay. Okay, Fleisch passt noch. Wir hungern noch nicht. Ich brauche unbedingt diese Hirsche, ne? Wie ein Kleber. Äh. Den Fisch, hier kann ich immerhin kurz rein essen. Dafür kann ich einen essen. So, dann sind wir wieder fit, ne? Wir kriegen gleich wieder Level ab, Leute. Und dann müssen wir gucken, ob das wieder backst. Backst. Äh, backst. Bei uns. Ob das backst. Ja, das packt der so wieder. Ich hab' da gesagt. Ich hab' angefangen, er war über Viertel, mein Level. Und jetzt auf einmal ist es schon wieder fast weg. Also einmal war es ganz weg und jetzt ist es wieder ein bisschen mal gucken. Das ist irgendwie eigenartig. Ja, Freunde, irgendwas stimmt hier doch nicht, ne? Was sagt ihr dazu? Alles sehr mysteriös. So, der Wasservorrat wird auch ein wenig weniger, Leute. Ihr seht selbst. Aber wir lagern schon Wasserflaschen hier ein. Das ist gut. Wir haben ja Gott sei Dank die Bohrer draußen. Ja, der Wasservorrat ist tatsächlich leer gegangen. Jetzt haben wir nur noch diese Flaschen hier von Bohrer. Aber die reichen auch. Wir haben zwei Bohrer, das müsste reichen. Wenn wir nicht immer ständig trinken oder so, ne? Äh. Oh, ich bin im Stromausfall, Alter. Hast du gesehen? Äh. Leute, wenn der Stromausfall ist, dann müssen wir mal sehen, dass der Kühlschrank immer wieder angemacht wird. Das ist immer das Wichtigste überhaupt. Ansonsten haben wir jetzt hier keinen Huhn mehr. Wir müssen ein neues Huhn fangen zum Züchten. Und, äh, ja, wieso? Es laufen noch beide Motoren hier, oder nicht? Habe ich da eigentlich so angemacht? Ja, die laufen beide. Junge, ist das aber teuer gewesen, der Stromverbraucher. Okay, Freunde. Wir haben zehn Pfeile. Das bedeutet, ich könnte gleich mal jagen. Haben wir noch irgendwo ein Tier zum Schlachten, ne? Weil, ähm, ich hab grad noch blutige Hände. Nö, nö. Nö, nö. Nö, nö, nö. Hast du den Ofen, äh, angefeiert? Ja. Gut. Wollte ich eine E-Grad machen, ne? Schon wieder vergessen, Leute. Leute, du kannst mal sehen. Soll ich dir fünf Pfeile geben, oder was? Warte mal, das ist ein Huhn. Vorsicht. Nö. Oh, ich hab's erwischt. Oh, und hinter dir ist ein Wolf, pass auf. Ja. Ich hab's schon gesehen. Ich hab ihn, den Wolf. Hey, jetzt kommt er wieder zu dir. Was soll das denn? Alter, der ist einfach umgedreht, der Penner. Pass auf, lauf weiter. Habt ihr das gesehen, Leute? Ich hab den Wolf angeschossen und der läuft einen Meter zu mir und dreht sich um und läuft wieder zur Müllwahl. Alter, was ist das denn? Das Verhalten hab ich auch noch nie gesehen, so. Ja, das ist, glaub ich, liegt am Winter oder so. Ich hab's, der Wolf ist tot. Hier lief noch irgendwo ein Auto. Ein Huhn. Ja, ich weiß, da bin ich grad wieder her. Achso. So, Freunde, da ist der nächste Wolf, den pläten wir auf. Halt an, du blödes Junge. Oh, ich hab wieder so'n Turbo-Huhn hier. Ich fass es doch gar nicht. Kommt der hier hoch? Ich muss mal kurz gucken. Der ist hier Stein hochgelaufen, Alter. Ich muss rennen. Ja, Leute, hier ist Action in Substance. Ich hab mir auch eben die Zunge verbrannt an meinen Kaffee, der ist immer schön heiß. Oh, hier ist schon wieder ne Premium-Kiste. Ja, wir haben ja Material, aber kein Strom, ne? Ja. Ja, der Strom ist ja auch ein bisschen spart. Ich mach erst mal das Windmill-Upgrade, ne? 0,07 ist schon wenig, Leute. Also, du musst ja 0,1 oder sowas, das wär schon mal angenehm. Aber 0,0? Ey, die Entwickler, ne? Die sind echt, ja, kleine Arschis, in Anführungsstrichen, zu den Spielern so gesehen, oder? Ja, genau, da wird das schon ein bisschen hardcore zu hier machen, teilweise. Ja, das ist ja richtig gemeint, hier ist was kam. Verbrannt. Da war noch Leber um oben, scheiße, hier hab ich gar nicht rausgeholt. Ja, die hab ich gerade gegessen. Oh, das ist ganz viel Leber, Alter. Vier Stücke verbrannt. Hey. Ja, na, ist halt so, ne? So, Fett reinmachen, Leute. Ich hab noch auch Leber bekommen. Die grillen wir auch gleich mal. Ähm, dann brauch ich nur noch ein bisschen Masse, dann können wir... Äh, oben das abgleichen machen, das ist wichtig, Leute. 50 Masse haben wir. Ich glaub, 80 brauchen wir, ne? Gucken wir noch mal in den Hof. Da muss man die scheiß Hände schon wieder waschen, Mann. Hm? Oh, jetzt hab ich schrieben. So. Ja, 80 Strom brauchen wir, also Masse. Ey, das ist aber auch eine bekloppte Erfindung irgendwie, dass man da für alles immer Strom und Masse braucht, weißt du? Ja. Das ist hier bei dem Spiel das besondere, Freunde. Man braucht nicht nur die Ressourcen, so wie es bei anderen Spielen halt ist, ne? Du brauchst immer noch Strom zu machen, warum auch immer. Und diese komische... Was ist Masse überhaupt? Das gibt's doch überhaupt nicht sowas, oder? Doch, Masse muss man haben, damit Strom überhaupt funktioniert. Das ist schon richtig, aber... Äh, ja. Normalerweise ist das halt Plus und Minus, ne? Man sagt ja, Masse ist ja Minus. Möwe, ich hab Masse auf meinem Konto, Leute. Ja. Yeah. Und dann weißt du ja meine Adresse. Möwe, du hast gerade gesagt, Masse ist Minus. Und ich hab das... Ich hab Masse auf dem Konto. So, Freunde, so sieht's aus. Die Möwe dreht das natürlich gleich wieder um, ne, du. Ja, Freunde, ihr seht selbst. Wenn man sowas kommen will, muss man immer wieder und immer wieder alles ansprechen. Wir müssen oder sollten auf jeden Fall vernünftige Symptome. Ja, die Möwe ist unterwegs, Freunde. Ich kümmere mich hier gerade um Strom und einen ganzen Kram. Ihr seht's. Damit wir da ein bisschen vorwärts kommen, hier mit der... Ja, ich sammle Materialien, dass wir genug haben, äh, zum Bauern wieder anlegt. Ja, so Beet. So, das Beet ist wieder angemacht worden, Freunde, so die Flasche kann ich wegfangen. Ja, die ist leer. Natürlich muss ich hier vernünftige Symptome fahren, damit wir hier... ...wieder ein paar Pfeile mal, äh, endlich mal... ...produzieren können, liebe Leute. Ja, und dafür, Freunde, brauchen wir... ...ein Hühnchen, neues Huhn, ne, brauchen wir noch, Leute. Neues Hühnchen zum Zuchten. Freunde, denn hier herrscht Zucht und Ordnung, Freunde, bei uns im Hühnerstall. Vernünftige, ne? Was ist das hier? Dreimal Gegengift haben wir tatsächlich noch. Das stimmt mich gerade gut. Das stimmt mich gerade gut. Ein bisschen Fleische. Verraten, dann freuen sich die Leute immer, wenn sie was zum Weißen haben, ne? So, Freunde, die eh. Das ist der, brauchen wir den... So, sieh das aus. Wir brauchen gleich nur noch einmal, einmal... ...so einen Spezialstoff. Stoff, achso. So, Leute, wir machen das Windmühlen upgrade. Also nicht, äh, Spezialstoff, sondern, äh, gefütterten Stoff vielmehr. Ja. Dann können wir hier auch alles in Ruhe wieder aufbauen und dann wird der See bald irgendwann aufgetaut sein. Dann brauchen wir nur noch ein paar Dock für Raubflaschen machen. Ja, Mann. Ja, Freunde, ihr seht, es ist kein Wind. Wir haben 0,0 Strom. Äh, ist halt so, ne? Aber dafür haben wir das erste Upgrade gemacht. Das zweite können wir tatsächlich auch machen, wenn wir Strom haben. Und... ...den Knödel hier. Das heißt, wir brauchen die Eisendinger. Die hier. Ja, funktioniert tatsächlich. 50 Strom brauchen wir. Der muss aus. Aber von der Witterung her wird das langsam ein bisschen besser, liebe Leute, weil es lauft auch wieder mehr Gehätschen. Bist du sicher? Nee. Komm, halt an, halt an. Wunderbar. Vernünftige Symptome hier. Vernünftige Symptome, halt an. Generatoren laufen gut, Freunde. Wir kommen über den Winter. Oh, das ist schon der Fall. Kommt tatsächlich gut über den Winter. Also besser als das erste Mal, weißt du noch? Ja, sehr gut. Das erste Mal ist ja auch klar, dass, wenn man hier das Kühlschrank nicht so viel vorredet. Da hatten wir die Bohrer noch nicht. Mussten wir erst bauen im Winter, wo wir fast schon verdurstet waren. Denn... Freunde. Ja, genau. Fünf Eier haben wir, zwei Tomaten hier auf Lager nach. Also uns geht's gar nicht mal so schlecht. Ja, Wasser fehlt natürlich jetzt, ne? Aber... Die Bohrer, die arbeiten schon. Was soll ich dazu sagen, ne, Freunde? Den könnte ich mal trinken. Nehme ich die mal mit auf Tour, damit wir mal sammeln gehen können. Sonst können wir auch nicht drei Pfeile... So, wir nehmen den Bogen. Strom läuft. Hier läuft das Wasser. Ja. Dann können wir mal eben kurz sammeln gehen. Tralalalala. Wie spät haben wir es denn? Mittags ist es jetzt. Vielleicht kriegen wir den Tiger noch, Leute. Das ist tatsächlich ein Huhn. Ich hoffe, das lebt jetzt noch, wenn ich es abschieße. Und? Jawohl. Wir haben ein neues Zuchthuhn, Freunde. Direkt vor der Haustür. Wie findest du das? Sehr gut. Ja, die Möwe, Leute, die hat in der letzten Folge 10 Liter Almer Grünkohl gegessen. Deswegen wird sie jetzt ein bisschen träg und müder. Ne, ich bin gerade hier voller Concentration beim Hühnerjagen. Achso. So, wie geht's mir? Oh, jetzt halt an, du Vieh. Oh, los, jetzt noch einmal anhalten. Los. Oh, das geht so rein. Einmal noch. Was machst du denn da mit den Viechern? Also, die Elche sind auch verschwunden im Winter, wa? Freunde, die Elche sind auch weg. Die Möwe baut schon mal einen Tauchanzug für den Sommer, damit wir dann gemeinsam die Höhle mal erkunden können. Wir haben ja schon Januar, Freunde, 0 Grad. Also, ich kann noch laufen, ja? Deswegen nutze ich gerade die Zeit. Um Tiger Nummer 1 platt zu machen. Mal gucken, vielleicht kriegst du ja hin, ne? Dann Tippi geht's eigentlich gut, aber der hat einen Ausdauerverlust. Ich kann ja mal Fleisch nochmal essen. Vielleicht hält das dann ein bisschen. Einmal davon trinken soll ich. Also, ich muss ein Maximum haben. Der dürfte jetzt gar nicht runtergehen mit seiner scheiß Ausdauer. Denn, Leute, Ausdauer ist das Wichtigste hier im Spiel. Ihr seid unbesiegbar, solange ihr mal rennen könnt. Na ja, deswegen. Was hab? So, Freunde, wir müssen vernünftig Hühner fangen, je? Ja, ich hab auch gerade eins gesehen. Jetzt kommt der Hund auch noch hinter mir nachher. Mann, nimm's doch. Scheiß Wolf irgendwo hinter mir. Hat sich schon geknort. Schnell weg. Jetzt geht die Damage los wegen der Kälte, ne? Das ist halt mal blöde. Man kann den Weg nicht machen, Leute. Aber wir müssen eigentlich gleich schon da sein. Hier müsste irgendwo dieser blöde... ...Berglöwe sein, ne? Oder wintern die auch? Überwintern die irgendwie? Ich meine, äh... Nee, ich glaub nicht. Wir müssen gucken, ob die noch aktiv sind im Winter, Leute. Hier ist alles gefroren. Hier auch dieser reißende Bach hier. Ja, aber das müsste, glaube ich, jetzt langsam... ...der fliege Monat oder so wieder vorbei sein. Meinst du? Nee. Freunde, wir kriegen da mit. Und die Ausdauer geht runter, obwohl ich satt bin irgendwie, ne? Wieso braucht denn der davon so viel? Ich hab doch gerade gegessen. Was soll denn das? Verbraucht der im Winter doppelt so viel Nahrung, oder was ist das hier, ey? Man soll ich auch nicht. Und da läuft das mit dem Dings, wenn ich echt mysteriös hier... ...mit der Anzeige zum Leveln, oder was geht von mir schon wieder auf Null? Nicht gestorben, nix. Und geht die ganze Zeit wieder auf Null zurück. Das ist irgendwie... ...steckt da der Wurm drin, ne? Ja, wie kann denn das sein, Alter? Keine Ahnung. Vielleicht nicht immer im Winter. Ja, also bei mir ist auch so, ich hab... ...ich bin satt, ne? Und der Ausdauer geht runter. Was soll denn das? Ist ein bisschen gefährlich, ne? Und mehr als essen kannst du ja auch nicht. So, hier suchen wir jetzt den Tiger, Freunde. Ich muss mal eben kurz meine Nase jucken, wie es immer so ist, ne? Tiger! Oder haben die Winterschlaf? Also... Ich meine aber, die waren da... Oh, ja, da ist er. Freunde, Heidewitzka! Dann wollen wir den mal platt machen, wa? Müssen wir bloß runterlocken, ey? Ich muss da ein Energiepaket nehmen, Leute. Ihr seht's. Äh, weil ich krieg so viel Damage hier von der Kälte. Wir haben minus 8 Grad gerade hier, wo ich hier bin. Ey, das ist echt übel, Mann. Ich muss mich beeilen. Da ist ja ein Huhn. Kann der nicht mal ein bisschen herkommen jetzt hier? Jawoll. Er soll langsam herkommen, das ist gut so. Ich muss bei ihm Energie nehmen, Leute. Ich sterb sonst. Kein Bock drauf. Sonst ist er ein Biss und ich bin tot. Alter, was ist er denn für einer? Er kommt hierher und schlägt mich mit der Wand. Mit der Wand. Schnell, schnell, ohne. So ein ganz komischer Russe, ey. Ein was? Bei uns auf dem Server, ein Russe. Der kommt hier und schlägt mich mit der Axt. Echt? Ein Russe? Ich kenne da tatsächlich. Ich kenne da einen, aber der ist da eigentlich in Ordnung. Heißt das Hi-Fahrt vielleicht? Du weißt doch, das sind alles Freunde von uns. Ja. Ich treffe doch nicht mal einer. Der sieht ja mal aus, ey. Scheiße, Mann, ey. So was blödes wieder hier. Ich habe die Krankheit gekriegt. Warum? Oh, der Tiger hat mich zerfetzt, Alter. Scheiße, Mann. Ey, so was blödes wieder, ne, Leute? Ich bin runtergefallen. Oh, hast du Strom im Bett? Auch nicht, ne? Äh, weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Ich schreibe jetzt mal. Achso, ich fange bei uns an. Das ist in Ordnung. Hoffe ich zumindest. Wo bin ich denn? Oh, Leute, ey. Ich bin tatsächlich bei den Scheiß-Tiegel gestorben. Wir haben alles verloren. Und die Kälte, die macht einen so dämlich zu schafft. Ich hoffe, dieser streikige Winter ist bald mal vorbei. Warum haust du mich mit der Axt? Das ist Cypher, ja. Ja, der ist in Ordnung. Ja, aber der kommt und ich war gerade am Brunnen und der schlägt mich mit der Axt. Ja, das war nur ein Begrüßungsschlag. Ja. Ich habe hier hoch mit Begrüßung ins Gesicht geschossen. Ich brauche einen Heiltrang, Alter. Ich habe hier scheiß Gift hier. So. Warum spielen die jetzt alle bei uns mit? Das sind alles unsere Sachen. Ressourcen. Das geht doch nicht. Beruhig dich. Du hast da alles in Ordnung. Wo brauche ich denn das Wärmepad her? Guck mal, ich habe ein Wärmepad gekriegt, Leute. Äh, hier. Ich will schnell wieder los. Freunde, ihr seht selbst. Mal was trinken. Hier ist noch was zu füllen. Mhm. Hat er was geschrieben oder was? Ich musste testen, ob man DMG macht. Achso, Damage macht. Achso, ja. Das ist ein guter Test. Das muss ich auch mal bei den anderen Leuten sagen. Ich habe dich abgeknallt. Warum knallst du mich denn ab? Ja, ich musste testen, ob du sterben kannst. Ich schreibe, na gut, dann wissen wir jetzt wenigstens, dass das Gewehr auch Schaden macht. Ja, das ist gut. Weißt du noch, wer Cypher war? Der hatte früher auch mitgespielt. Ja. Der hatte gegenüber auf gewohnt und uns nachts mit dem Bogen beschossen. Weißt du noch? Über den See rüber. Ja. Das war der, das war der, ja. Das war klar, dass du gleich eine Achse im Rücken griffst. Ja, Leute, wir sind gestorben. Das war echt ein bisschen doof alles jetzt, ne? Na klar war es der Einzige da. Achso, das war der, 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 der seine Hütte, der auf der anderen Seite hat, ne? Ja, genau, der war das. Das war dieser Zeit von, ne? Na klar, war es der Einzige da. Spacko, ey. Ach ja, wir sind ja noch on. Ja, sorry. Wie gut zu wissen, schreibt er. Ja, aber trotzdem jetzt mal ganz ehrlich, ey, das kann auch gefährlich werden. Wir müssen die Tür zumachen. Ja. Ich kriege das hier auf einmal, weil der hat das beim letzten Mal auch immer angegriffen. Ah, das vielleicht. Nicht, dass da auf einmal hier, äh, immer unsere Sachen hier fehlen, ey. Ich denke mal, der wird jetzt erstmal... Hier sind sehr langsam so viele. Ich mach jetzt erstmal die Tür zu. Hier ist erstmal Schluss mit Lust. Ja, das Ding ist aber auch, der fängt jetzt im Winter an, Alter. Das heißt, das ist voll fies, ne? Das ist nicht mein Problem. Der wird frieren und kaputt gehen. Er kann sich aber auch den anderen. Da sind ja mehrere Spieler, Leute. Wir haben hier mittlerweile drei Spielerhäuser, ne? Und da kann er sich ja auch den anderen anschließen. So ist es nicht. Müsst ja nicht alle zu uns, weißt du? Hier ist eine Premium-Kiste, ihr seht selbst. Oh Mann, wo ist der jetzt hier? Oh, ich bin gleich tot, Alter. Scheiß, wollte ich mal jemanden Hitzepad nehmen, Alter. Deswegen hat man auch eins gekriegt. Wenn du stirbst, kriegst du einen Hitzepad, ne? Ja, im Winter wahrscheinlich dann nicht. Und ohne dem... Hier, man hat mich ein bisschen kalt. Und ohne dem Hitzepad... Oh, scheiß Vieh, ey. Würde ich gar nicht zur Leiche kommen. Ihr seht selbst, ich habe nur 30% Energie, Alter. Wieso hier jakt er mich denn jetzt, ey? Das ist doch so scheiße wieder gemacht hier, ey. Ey, kaum guckst du einmal in die Hände, kriegst du von der Seite wieder auf einmal für die Axt ein. Wirklich. Schnell weglaufen, Leute. Ich muss mich mal in den Quatzen. Fünf Spiele hier online. Das haben wir ja auch schon lange nicht gehabt. Ja, sind da fünf online. Ich muss ja die Hosen anziehen hier. Okay. Habe ich alles an? Ja, ne? Peile machen. Sticks vielen wieder hat das Verklappen. Den muss ich, glaube ich... Ne, Eier habe ich da. Ui, ich habe Eier, genau. So, jetzt müssen wir das Menü nochmal eben schnell machen, Leute. Und dann müssen wir sehen, dass wir den Tiger nicht tothauen. Ist ja sonst scheiße, ne? Sonst bin ich ja ganz umsonst hier so... Sechs. Es wird nämlich dunkel, Leute. Deswegen, so, ist der Tiger jetzt unten, das wäre natürlich optimal. Und dann, oh, das ist... Also manchmal macht die Spielfigur so einen Satz über eine Kante, ne? Habt ihr gesehen? Deswegen bin ich auch vom Dings runtergefallen, ne? Ja. Dach runtergefallen. So, wenn ich den jetzt anschieße, hier. Wie überle... Wie überlegt man das hier denn? Oh, der läuft hoch, Alter. Wie scheiße ist das denn? Wie überlegt man das denn hier? Im Haus einen Ofen haben, Alter. Was, Gott? Er hat ja nicht unrecht, ne? Ja, ja, das stimmt. Und... Da muss ich mich übereilen. Kommt schon, Mensch. Es ist Winter, ich hab da keinen Bock mehr drauf. Wo ist das Vieh? Das ist jetzt wieder die gefährliche Ecke, Leute. Mann, ey, ich treffe den einfach nicht, ey. Da ist ja irgendeiner gestorben hier. Vorm Haus. Echt? Oh, wahrscheinlich. Ja, endlich. Wahrscheinlich war das Zeit, direkt neben dem Haus. Ich hatte ja die Tür zu. Ach so. Du bist ja ein Schelm. War wohl ein bisschen kalt. Ja, am Minus 10 Grad, Alter. Ich krieg dauerhaft Damage. Und wir haben schon ein bisschen bessere Ausrüstung, Leute. Aber es bringt nichts. Ja, falls du das Video hier guckst, das tut mir natürlich leid, aber ich war über den Axtschlag nicht so sehr erfreut, wie du dir sicherlich vorstellen kannst. Lieber Cypher. Ja, das ist ein bisschen anders wie damals, als wir schon mal gespielt haben. Er hat sich verändert mit dem Patch, ne? Deswegen, das kennt er vielleicht alles noch gar nicht so. Und da warst du gegenüber auf dem anderen links, aber ich lasse den Rucksack hier liegen, dann die zwei Bärchen. Natürlich habe ich einmal kurz reingeguckt, aber... Oh Gott, ey, diese scheiß Kälte, Alter. Ich habe keine Energie mehr. Ich muss doch unbedingt nach Hause zu berufen, Alter. Sonst verrege ich als nächstes wieder, ey. So, wir müssen schnell nach Hause, Leute. Ihr seht selbst. So, aber jetzt wird gleich wieder besser sein. Also, jetzt wird gleich, äh... Oh ja, ich habe jetzt schon 50% Damage, ey. Scheiß Huhn. Ach, fick dich. Ja, Freunde, ihr seht selbst. Der Winter macht uns wirklich zu schaffen hier. Ich kriege im Sekundentakt Schaden, Alter. Das ist echt gemein. Und wenn du ihn dann neu anfängst und es ist Winter, dann hast du überhaupt keine Chance mehr. Aber bei dem Spieler, ich wusste ja gar nicht mehr. Ihr konntet mich gar nicht mehr an den Erinnern. Ich habe nur gesehen, dass er irgendwie so kirillische Zeichen waren irgendwie. Du hast nur die Axt gesehen, die von hinten ankommt. Ja, und der hat mich für die Axt geschlagen. Hat das Spiel keine Grafiksettings, natürlich. Meine Güte, das kann ja wohl nicht wahr sein. Du musst aber mal ein bisschen gucken ins Menü. Junge. Unfassbar, ey, Ellie. Freunde, wir haben nur noch 30% Energie und ich kriege dauerhaft Schaden. Ich weiß nicht, ob ich das nach Hause schaffe, Leute. Der Winter ist so mega. Und wir haben eine gute Ausrüstung. Aber das bringt dir nichts, ne? Bis minus 1,5 Grad hält meine Ausrüstung. Wir haben es immer noch minus 2. Und dadurch kriege ich dauerhaft Schaden. Dann nützt ihr dann die Ausrüstung so an sich auch nichts, ne? 10. Austausch ist auch bald leer. Ja, jetzt wird es langsam rot. Ich laufe übers Eis rüber. Das ist ein Vorteil, Anführungsstrichen. Du kannst übers Eis ein bisschen abkürzen, wenn du in der Region halt läufst, ne? Gut, Freunde. Ansonsten haben wir einen Hungen geschlachtet. Wir haben einen Tiger erwischt, auch wenn ich gestorben bin. Das ist natürlich ärgerlich. Aber jetzt sind wir wieder frisch rasiert, ne? Man muss das ja alles positiv machen. Gefrierst, ja. Ich habe es gleich gescheitert. Und man fängt natürlich wieder mit 90 an. Scheiße. Tatsächlich, du hast recht. Oh nein, Freunde. Ich hatte alles 94 und jetzt alles 90. Oh nee. Da habe ich gar nicht dran gedacht. Oh, endlich. Ich bin schnell am Ofen ran. Ja, du siehst gut aus. Guck mich mal an. Diesmal bin ich jetzt der Fetze hier. Oh, 35%. Das geht ja noch. Jetzt mal den Tiger sehen soll. Der hat mich richtig zermalmt. Gut, Freunde. Den Bogen packen wir weg. Brauchst du noch Federn? Ich glaube, ich habe was mitgebracht, oder? Ja. Ich habe welche. Oder hast du noch alle Federn mittlerweile? Nee, ich habe schon alle Federn. Achso. So, fett habe ich mitgebracht, Freunde. Schnell rein da. Dann lecker Hähnchen. Ist hier noch Fett? Nee, da ist nicht Fett. Muss ich mein Menü mal wieder ein bisschen sortieren. Ihr seht selbst, das ist alles ein bisschen durcheinander jetzt hier. Okay. Das Fett läuft. Hier ist Pfeile. Okay, jetzt geht das Ding aus. Warte mal. Gleich mal wieder einen anmachen hier. Ja. Strom. Oh, Strom haben wir. Wir haben ja richtig gut Strom, Alter. Hätte ich gar nicht gedacht. Was ist hier denn los? Zap. MN, MN. So, fahren wir das mal weg. So, Freunde. Ich habe tatsächlich jetzt mal wieder ein paar Pfeile. Wie viele Leute haben wir denn jetzt hier mittlerweile? Oh, guck mal, das wäre immer mehr, ne? Drei, vier, fünf Spieler. So viel waren wir ja lange nicht hier auf dem Server, Freunde. Oder was hast du dazu? Die Möwe ist natürlich aggressiv dadurch, ne? Die dürfte nicht so viel ärgern, Leute. Ist ja sehr sensibel. Das wisst ihr doch. Masse. Ich brauche Masse. 20 mal Masse. Ja, dann mach an den Scheiß hier. Wir haben da Strom genug. Ja, gut, Freunde. Ich glaube, die Folge hat sich schon wieder, äh, erneigt sich schon wieder an den Ende. Ihr seht selbst. Ich würde sagen... Ey, was ist das denn? Masse 0 pro Sekunde. Aber verbraucht minus 2,40. Was ist das denn? Quatsch. Keine Ahnung. Ich würde sagen, wenn die Möwe sagt, schießt und dann, ne? Ey, mach nicht so viel, Alter. Die Generatoren kommen da doch gleich gegen an. Ja, nur noch kurze Stück. Ich behalte das kurz im Auge. Gut, Freunde. Die Möwe sagt dann tschüss. Ja, tschüss. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es dann wieder heiß. Schlacht. Versuch mich nicht mit der Axt zu schlachten.